Du sagst, ein Mann will mit mir reden. Gassel hinterm Haus. Kann der nicht hier reinkommen? Ist das ein Weißer oder was? Oh Mann. Und wie ist der Kurs? Wir schicken einen Mann los, etwas aus dem Büro, in dem er arbeitet, abzuholen. Sie gehören zu dem Babysitter-Team, das so lange auf seine Familie aufpasst. Guten Morgen. Es ist alles normal. Besser. Was wollen Sie? Ist das eine typische Frage für einen normalen Montag? Kann ich jetzt wieder nach Hause? Wartet danach im Haus. Was meint ihr mit danach? Was soll das? Was soll das werden, Großer? Ja, was soll das hier werden? Wir folgen der Anweisung. Hilfst du mir jetzt vielleicht mal oder hilfst du mir nicht? Nein, nein, nein. Denk nach, das war ein abgekatertes Spiel. Irgend so ein Typ hat mir 10.000 geboten, wenn ich dich ausliefer. 15 für den Weißen. Meinst du, nur du lässt die Puppen tanzen? Ich kann auch die Puppen tanzen lassen. Nimmst du mir den Schlüssel da? Ich würde kein Radio hören. Organisierte Kriminalität wie Mafia. Tja, das ist für uns das große Fragezeichen. Das war ein langer Tag. Ich mache Ihnen das jetzt über den Kopf, damit ich mich ausruhen kann. Danke. Hast du dich gut amüsiert? Und? Wie ist es gelaufen? Wir hatten eine kleine Panna bei der Arbeit. Ah, die Sache ist noch nicht gegessen. Du hast gekniffen. Oh. Das Problem ist, dir fehlt einfach das Hirn dazu, um zu wissen, wie wenig du hast. Das macht dich unberechenbar. Das macht dich leider unzuverlässig. Wieso machst du das? Weil ich mir zurückhole, was mir gehört. Tut mir leid. Ich werde sie jetzt schlagen, Sir. Ich werde sie schlagen. Ich nehme dafür meine Faust. Boom, 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 boom Amen.